Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte mein erstes in der Lebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Wenn man nicht weiß, wo das eine Gefühl aufhört, wo das andere anfängt. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße.